Können Rentner mit Auslandsrenten bei Wohnsitz in Deutschland die 300 Euro Energiepreispauschale erhalten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Heute am 5. Oktober 2022 hat das Bundesarbeitsministerium den Gesetzesentwurf für die Energiepreispauschale für Rentner und Versorgungsberechtigte des Bundes veröffentlicht. Und dazu hat das Bundesarbeitsministerium in ihren FAQs folgendes unter anderem mitgeteilt. Wenn ein Bürger, ein Mensch mit einer Rente aus dem Ausland in Deutschland wohnt, kann er, wenn es sich hierbei um eine vergleichbare Rente wie in Deutschland handelt und eine solche Rente aus dem EU-Ausland kommt, Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale haben. Das setzt aber weiterhin voraus, dass dieser Rentner, diese Person, ihren Wohnsitz in Deutschland hat und auch hier unbeschränkt steuerpflichtig ist. Nur dann bekommt diese Person auch tatsächlich, weil sie eine wie in Deutschland gleichgestellte entsprechende Rente bekommt, hier Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale haben kann. Aber er bekommt, er oder sie, können die Energiepreispauschale nicht automatisch bekommen. Sie müssen ab dem 9. Januar 2023 einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in Bochum zur Auszahlung der 300 Euro Energiepreispauschale gesondert stellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf unseren FAQs zum Thema Energiepreispauschale auf rentenbscheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.